So, dann sind wir hier in der Scheinzeuge, hier ist der Jonas, dann bist du uns zum Beispiel gleich groß, das ist aber auf beide gleiche Höhe und hier herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Jana Schanz, auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus Kündig, bekannt als Jana Schanz der Amtauer, der Jana Schanz Justus und das ist Kumpel-Fan Johannes Pontiac mit seinen Volverkehrer im F-355. Alles heißt ein Ferrari F-355 Replika, das hier ein Original-Auto, Firo Pontiac, Oya 86. Einmal gleich Auto, unter dem Ring, ein bisschen Hothead, auf sofort fahren wir in Oxford durch und machen hier mal Aufnahmen mit Oxford. Wie viel Kripto Merker T-Shirt und du mit deinem? UPS, Shell, Ferrari und so Fettel-Lock halt, ja. Und dann sagen wir mal danke für das Zuschauer-Einschalt und nochmal weiter hier ein... Oh! Also! Und jetzt Film ab und Action! Damit! Das ist der Justus, der beste YouTube-Filmer ist in meinen Augen, weil er einfach reelle Sachen aufnimmt. Ohne irgendwie verlogen oder irgendwie verzerrt oder geschnitten, sondern meistens so wie es halt ist das Leben. Und das finde ich halt gut! Genau! Er ist Fan und wir sind gute Freunde! Genau! Machen Sie! Sehr guter Freund! Und das sind die coolen Scheinwerfer, das ist mein nächster auch! Also Film ab und Action! Na mit! Let's play! Akku gewechselt! So, Akku ist gewechselt! Ich muss hier nicht auf das, was wir sehen. Ja! Ich muss hier ganz reciben, ichным Deutschland-Auskonto sein. Ja, das ist ein bisschen, weil euch jetzt schon zu vermeiden. Ich möchte nicht mal hier mal mit den Kミ не spielen. Aber jetzt passiert es ja auch noch so. Also das kann man am besten richtig. Ja, ich lege das. Ich glaube nicht, dass die K tren어서 solo ist, Jetzt bin ich ganz schnell! da, was mir was, die Maschine-Maschine? Ich bin irgendwie so. Wachstum Das war's, das war's. Eeeer, das ist geil. Lass das erstmal abkühlen. Ja genau. Müsst ihr jetzt ein Foto einstellen? Ich mach nichts. Okay. Die Koppel ist so hoch gelaufen. Ja. So hier. So jetzt kann man gucken was geworden ist. Wenn du willst. Halt mich das so hoch. Und dann stellt euch das Auto hin. Stellt doch mal das Auto da in die Sonne. Stell dich da in die Sonne. Ich liebe ihn. Sehr gut. Wolltest du was sagen? Ich hab mir gesagt dass ich da glücklich bin mit dem Auto. Man kann zwar nicht viel streng bei dieser Hitze fahren. Da würde ich mich auch haben. Also der 1.86. Aber trotzdem hat es dann Spaß. Man guckt dir eh meistens nur an wenn man aussteigt. Bisschen tanken. Bisschen schöne Sachen hinfahren. Und die nachher beim Boden prüben. Es ist einfach wie ein Ultramar Clinic halt. Genau. Also ich finde es sogar gut dass er nicht so gut drauf ist. Weil du steigst so öfters mal aus. Genießt das Auto trotzdem. Nur halt auf eine andere Art. Ist halt leider kein neues Auto. Wenn der Original wäre könnten wir ein bisschen besser. Länger fahren. Aber auch die machen mit Lehmung. Ist halt kein normales Auto. Genial. Kannst du mir zeigen wie es am besten ist? Du fährst einfach. Du fährst. Wo du am besten stehst welche Position? Zeigst du mal. Der 1. Der 1. Natürlich nicht zu weit ist. Von der Tankstelle. Doch ist der 1. Scheißding. Das wäre glaube ich schon am besten aus. Mach das Auto schon mal an. Er ist gleich weg. Er ist gleich weg. Er ist jetzt halt doch schon. Ich seh den da drin. Ja. Das ist da rückwärts rein. Ja. Wichtig ist, dass du von der Seite aufnimmst, dass der Ratschel kann fahren. Dann kommst du rüber. Vor allem wegfahren musst du da wieder zurück. Ja. Alles klar? Ja. Alles Systeme stand klar? Jawohl. Wir heben gleich ab. Ja. Es ist warm. Denk dran. Erst halb und drehen machen. Ja. Ganz schön warm. Denk dran. Vorglühen. Ja. Ist das noch lange? Gut. Schieb noch da. Ja. Ja. Das steigt geil. Ja. Jetzt kannst du es machen. Nicht gleich. Erst warten. Ja. Vortun. Nur vorglühen. Weißt du vorklimmern? Und jetzt. Wie bei alten Autos. Und jetzt. Zufrieden. Warte. Jetzt. Du darfst es nicht so schnell machen. Ja. Ein paar Sekunden warten. Vor. Ein paar Sekunden warten. Und dann erst umdrehen. Das hat nichts mit der Fünnspur. Gar nichts. Du hast ein altes Auto. Vergas das. Muss erst mal alles reinlaufen. Sonst bist du schnell. Ja. Der Sprit muss erst mal reinlaufen. Der Sprit wird erst mal rein gepumpt. Muss erst mal rein. Vorsicht als Radfahrer. Das ist der Lkw da hinten dran. Das ist der Lkw da hinten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt! Jetzt kannst du! Mach! 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 Ich hab's doch schon! Einsteigen! Sag ich einsteigen! Das Ding wir finden im Griff? Ja! Das war für ein ganzes Fall ein 10, aber gut! Ich hätte dich jetzt auch nicht von der Straße irgendwo, wenn du da vorne waren hast. Weil ich wollte eigentlich, dass du von der anderen Straße da nicht filmst, aber es war schon so! Geht gar nichts! So viel Verkehr? Ja, es war schon viel los, ey! Aber ich bin froh, dass ich hier Kohle bis heute hab, weil es war ganz schön heiß! Genau! Und schön kurz, ey! Ja! Kannst du mal am Hallenort irgendwie zu dir die Beine klimmen? Kannst du auch mal aus dem Auto fahren? Oder in Münlern, ey! Du musst doch da einfach mal da unten hinlegen, ne? So, jetzt fahren wir! So! Die drücken für die Bucke! Und... ...und... 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 Das andere ist besser, bis hierhin. Das andere ist besser. Du kannst doch nur eine Minute fahren, aber nicht anders. Du bist doch schon langsam geworden. Ich kann die Kamera nicht sehen, wenn du sie aufnimmst, ich kann nur da drücken, lass es dir schön. Ich versuch's mal. Kannst du auf uns aufnimmst? Kannst du nicht sehen? Komm schon in die Pfaffhäuser. Eine Ferrari. Und dann die Weite, ne? Ja, das ist jetzt verstehend. Oh, hier da hoch. In der Trille. Was? Was? Als ihr euch da haben. Jetzt. 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 Ah, die Freundin von Christian. Christian, brauchen wir noch ein paar Freunde. Die Freunde. Komm man einen. Komm ich jetzt. Komm ich jetzt. Komm wir zu rechts. Komm wir zu rechts oder? Ist das so weg? Kann man so mit ganz anders haben für den Pfand? Das ist doch gut ja, Leute. Ich muss jetzt rechts fahren. So, da ist ja Dankan. Komm wir so hin. Komm wir so hin. Wir haben gerade noch ein paar Wäsche gekauft. Oder was ist das? Guck mal, die sind hier, oder? Kann man sehen, wo geht das denn? Jetzt können wir sie noch klar. Na, ich bin klar schon. Ja, ja, die ganze Zeit schon. Oder blinkt. Da hinten ist das Guck, da drin. Da drin. Ne, du nicht. So vertorn. Erst mal 100 Tonnen, oder? Ja. Weil da so einfach Boden, genau, so wunderbar. Dann kannst du später durchfahren, wenn du durch ein Ding auf die Brücke überpasst. Jetzt rechts, nach rechts. Kannst du da noch beikommen, ne? Ist das nach rechts? Ja. Ja. So ist schlecht. Ja, da hab ich eh... Ja, da hab ich äh... Ich hab ganz schön. Das wollte man nicht. Da sind die Vorschläge. Na, dann noch. Ja, so. So, das ist der Ausgang von vorne. Und, nachher muss ich die raus nach hinten. Und von mich, ich da vorbeifahren? Ja. Ja, das muss ich sagen. Ja. Dass ich da umfängig bin. Wollt ihr da an der Viermannhof? Ja. Jetzt kann der Berührung anbinden. Ja. Wir kommen in der Bahn. Kommt mal nach oben. Da geht es mal. Da gibt es keine Einzelseite. Die kann und die gibt es eine Seite. Und das ist ein neues Auto. Und das ist recht hoch. Das ist ein neues Auto. Das ist ein neues Auto. Das finde ich auch. Ich glaube, das ist ein anderes Auto. Ich weiß nicht wie es war. Was ist denn mit so schnell? Ich bin mit so schnell. Das Auto vorher kommt schon weiter. ... und dann können wir die Reise... Wir nennen die jetzt zu heiß... Kannst du gleich mal drüber gehen... Kannst du auch weiter stehen? Nein, der Reise müsste ich irgendwie... Ich denke, wir sind auch hier... Ich denke, wir vermeiden müssen. Das ist ein Wachstum. Was müsst ihr machen? Ist das bei dem Bonn hängen gehen oder das? Der Bonn hängt sich hin und fehlt es nicht so lange kein Auto da ist. Direkt im Bonn, wenn ich vorbei fahre, erst so rum und dann anders rum. Ich komme zurück und dann haben wir noch vor, dass wir vielleicht noch das andere Torbock fahren nachher. Dann müssen wir das mal abkühlen lassen. Okay, okay. Dann park ich mal hier ab unten, genau. Aber erstmal finde ich wichtig. So eine Kohle. So. Okay, jetzt wollen wir spazieren. Wir sind jetzt auch sofort hier auf der anderen Seite des Flusses Mainz. Wo der wunderschöne Brunnen ist. Wunderschöne Brunnen card. Wunderschöne Brunnen。 Wunderschöne Brunnen. Wir machte so einenruckrund pick and I get fourнееumpf 모르ñat. shearer Brunnen. contagierishmere Stochen hierzu. Hände Abkommisse. Es reicht doch. Das sieht man dich nicht mehr. So, wir weiterlaufen. Schau mal bitte nachher. Nach weiter und da waren wir noch schon Sonnen. Wunderschön ist hier Oxford am Main. Aber wenn wir jetzt nicht gedreht werden, das dreht ja Johannes. Heute ist ziemlich heiß. Hitze Rekorde. Vielleicht morgen am Donnerstag. Heute ist Mittwoch. Morgen ist am Donnerstag. Vielleicht morgen am Donnerstag geht ein Kumpel nach Rottenstein. Dann kann man auch schon hier rumlaufen. Ich bin dran. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wir sind in der Nähe von 100 Gramm abrufen. Hallo Ich bin der Es geht um Schnellen Das ist ein Ich bin der Schnellen 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 So, das war's aus der Ochsen, vielen Dank für den Einschalt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis zum nächsten Mal, der Justus Darmdörrer und dann kommen wir hier an das Fendt in Pontiac, dann ist Pontiac Defender und dann Pontiac hier. Bei dieser Hitze 38 Grad. Bis zum nächsten Mal, der Justus Darmdörrer und dann kommen wir hier an. Bis zum nächsten Mal, der Justus Darmdörrer und dann kommen wir hier an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.